Einen wunderschönen guten Abend, ihr Menschen da draußen. 2016 neigt sich dem Ende zu und da habe ich mir speziell gerade nochmal überlegt, man könnte ja nochmal etwas machen, einfach nochmal einen kurzen Rückblick machen auf das Jahr 2016. Was habe ich mit diesem Channel erlebt und was habt ihr mit mir auch mitgemacht? Und am Anfang des Jahres waren wir bei ungefähr, weiß ich gar nicht mehr, 30, 40 Abonnenten. Und ich danke euch, dass sich das so gesteigert hat. Das macht mir einfach täglich wieder Motivation. Deswegen, wir haben Silvester, also der 31.12., bald ist Mitternacht, bald ist das neue Jahr 2017. Da will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden jetzt eigentlich. Euch einfach sagen, ich danke euch, dass ihr das mitgemacht habt und ich freue mich auf ein neues Jahr 2017 mit euch. Und überhaupt, ich glaube, das wird richtig cool. Also viel Spaß mit dem Rückblick und danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.